. . . . . . . Das ist Boxmusik. Die Sendung wird Volksmusik mit Nicolas Sen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen, Boxmusik, zum letzten Mal in diesem Jahr. Ich hoffe, Sie hatten schöne Feste. Und wir machen gleich noch etwas weiter mit den Festen. Wir haben nämlich zum Schluss des Jahres für Sie eine Stobete eingefädelt. Eine Stobete. Und dafür braucht es natürlich Musikanten. Darum war ich Land auf, Land ab unterwegs. Und ich habe sieben von den besten Volksmusiker in unserem Land zusammengedummelt. Vashtiany Schmid von den Swiss Landler Gamblers. Gabi Neff von Willis Wiber Kabeue. vom Quartet Laseyer Dani Pesch. Marcel Zumbrun von der Schabernack. Adi Wörsch von der Zuckdraht. Von der Streichmusik-Geschwister Di Künge Madleina Künge. Und der Froh wie Neff vom Quartett Vachecht. Aber bitte mitzahlen! Aber bitte mitzahlen! Ich habe einen riesen Freude, dass ich so eine super Septette zusammensuchen konnte. Bevor wir hier lange sprechen, lassen wir mit Musik los. Er ist ein Rundzeichen. Ich habe einen Rundzeichen. Ich habe einen Rundzeichen. Er ist ein Rundzeichen. Wir haben einen Rundzeichen. Untertitelung. BR 2018 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 Ja, ja, klar. Also es ist auch sehr wichtig, habe ich das Gefühl, dass man seine Wurzeln nicht verliert und auch weiterhin so Musik macht, weil so lehrt man es auch eigentlich so als Stuben. Ich könnte mir vorstellen, dass der Dani Bösch, der sonst im Quartett Laseier spielt, die Aussage bestätigen kann. Mit den Laseier machen wir modernes, innovatives, aber auch traditionelles. Und deine Wurzeln im Toggenburg, die pflegst du auch heute noch? Auf jeden Fall, ja. Wenn ich jetzt gerade an den Stock zurückdenke, den ich jetzt gerade ausgesucht habe, für heute. Dockenburger Stobete von Ernst Müller. Echo vom Hemberg, natürlich sehr prägend war in meiner Jugend. Und wunderschöne Musik. Und darum als Dockenburger natürlich klar war, dass ich Stock von Ernst Müller nehme. Und den Titel der Bastia Stobete haben wir auch heute. Und darum Dockenburger Stobete. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Applaus Auch Rene Schmid durfte einen Musikwunsch aufgeben. Er spielt zu uns mit den Swiss-Ländler-Gamblers. Mit denen waren Sie jetzt gerade in Amerika. Was haben Sie denn dort gemacht? Wir hatten verschiedene Auftritte für den Schweizer Club. Wir haben in Carmel und zwei Mal in Los Angeles gespielt. Wir haben noch Abstecher gemacht in Las Vegas. Und wie haben die Amis reagiert? Ja, man muss sagen, es war nicht unbedingt ein amerikanisches Publikum, das wir hatten, sondern vor allem Ostland-Schweizer, die uns dort eingeladen haben. Schon jetzt, glaube ich, zum fünften Mal, wo wir dort spielen konnten. Das ist natürlich ein riesiges Highlight und die Leute haben riesige Freude. Du bist heute Abend für die Musik aus dem Bündnerland zuständig getönt. Aber ich habe nachher mit Berner. Wie stehst du denn zu der Bündnermusik? Wer gefällt dir besonders an dieser? Ja, ich bin aufgewachsen mit dieser Musik. Da, wo früher meine Schulkollegen Beatles hörten, habe ich eben an deiner Ländler-Freunde gehört. Ich bin erst aus Spätberufe, dann bin ich noch mit 30 Fan der Statues geworden. Und so ist halt bei den Bernern manchmal alles ein wenig durcheinander oder ein wenig längsamer. Aber die Musik, die wir machen, ist zackig. Also Schwitzerhörgeln und Klarinette parat machen. Und wir hören von Ueli Moser, Zürich, Rouchement. Die Musik, die wir machen, ist zackig. 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 Untertitelung. BR 2018 Das Kabinett hat wieder einen Einsatz am Klavier. Auf den Kappelbock eine Polka ist der nächste Titel. Wieso hast du den gewünscht? Ja, weil es einfach ein schöner Polka ist von Alois Schilliger, auch von der Kapelle Heirassah. Und ich denke, es passt noch gut in die Sendung. René spielt auch sehr schön. Und Tani sieht auch bereit. Hilfst du auch noch ein bisschen? Ja, gerade ein bisschen. Gerade ein bisschen. In diesem Fall gehen wir alle miteinander auf Kappelbock, komponiert vom legendären Heirassah. Musik 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 Es ist wieder Zeit für einen Schweizer-Örgeli-Titel und da kann man Marcel Zumbrunn, der normalerweise mit Schabernack oder einem Berner-Örgeli-Plausch unterwegs ist, sicher weiterhelfen. Du bist aber mittlerweile ein Exil-Berner und wohnst im Kanton Schweiz. Ja, das ist richtig. Seit ein paar Jahren bin ich in dem Markt zuhause in Sibnen. Hat da die Musik zu diesem Wechsel dazu geführt? Ja, sicher nicht zuletzt den grossen Einfluss. Marcel hatte eigentlich den Auftrag, um für diese stubeten Berner-Örgeli-Titel vorzuschlagen. Der Komponist vom nächsten Stück ist aber Jock Gähler. Das klingt ja schon nach Ost-Schweiz. Weisst du, Schiefgang? Eigentlich nichts. Jock Gähler ist ein Tockeburger. Er hat früher beim Echo von Speer gespielt. Sie waren meine Wissens eine der ersten Gruppen in der Ost-Schweiz, die sich auch vom Berner-Stil inspirieren lassen. Und dieses Stück hat Jock bewusst im Berner-Stil geschrieben. Dann wollen wir doch hören, wie das klingt. Ist jetzt zwar nicht der Silvester-Song, der ja aktuell wäre, aber ist auch ein Fest, nämlich Markus, 40. Geburtstag. Musik 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 Applaus 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 Unsere Schweizer Fraktion kann mal eine kleine Pause machen oder einen Schnupf nehmen. Wir machen in der Zwischenzeit Appenzeller Musik Madlena Küng Du spielst mit deinen Geschwistern Streichmusik auf höchstem Niveau Du studierst Kontrabass und heute Abend darfst du verschiedene Stile am Bass begleiten Wie geht das, wenn man vom Bündner Stil in Appenzeller Stil und dann wieder zu den Bernern geht? Es ist interessant, um die verschiedenen Tonarten zu kennenlernen. Wenn wir Appenzeller sind und hat ein bisschen D-Dur und A-Dur und jetzt mit den Schweizer Ögel Das müssen wir ein bisschen anders lehnen Aber... Weisst du was? Ich habe eine Erfrischung für dich in D-Dur Und der Titel passt auch noch Wir spielen Quölfrisch Und der Titel passt auch noch mit dem wir sind E-Dur in D-Dur in D-Dur In D-Dur Musik 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 Applaus 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 Frau Neff, mir darfst du sagen, du bist ein wenig der Spassvogel in dieser Runde. Wie gefällt es dir hier in diesem Septett? Es ist herrlich. Es ist herrlich, mit so tollen Musikanten zusammen zu sehen. An so einem schönen Tag. Hier in der Alte Rüte. Und vor allem mit Musikanten, die man zu uns auch nicht viel oder wenig gesehen hat. Vielleicht jemanden an einem Ländler zu treffen, die alle auch vereint sind. Aber in dieser Konstellation gibt es eben nicht so viel. Aber es ist unheimlich lustig und amüsant mit denen. Du denkst mich fast noch etwas schüch, ist dann einmal in den Restaurants, wenn die Fernsehkameras nicht laufen. Ich bin schon schüch. Ich kann es einfach nicht so sagen. Das ist gut. Und der Frau Neff kann definitiv auch anders. Und die ganze Truppe von uns hat das schon mal erlebt. Wir haben uns nämlich vor ein paar Wochen getroffen, in einem Restaurant, und haben für heute für die Stobete auch etwas geprobt. Ja, richtige Stobete! Und die blaue Lange ist. Oh, ja! Du hast schon zu hoffen, du musst ja nicht vorspielen. Oh, oh, oh! Hinten ihr bei euren blöden Schmeizernäugeln keine Molltasten drauf? Das ist immer freundlich, weißt du? In der Strehlgasse! So heisst der nächste Titel, ein Stock, den Frovin Neff gewünscht hat. Was hat's mit dem Aufsicht? Ja, das ist von Dolphi Roggenmoser, ein Musikant, der heute 80 wurde und heute noch spielt wie ein junger Dolphi. Mir hat eigentlich die Musik von Batchett Roggenmoser schon alleweilen gut gefallen. Gleich, was sie spielt, ist einfach eine köhfällige, lustige, schöne Musik. Dann freue ich mich, dass ich hier helfe. Ausnahmsweise nicht am Hackbrett, sondern am Klavier. Ida, Strehlgasse! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 und am Klavier. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Stobeten neigt sich langsam am Ende zu. Liebe Musiker, mögt ihr noch? Ja! Vielleicht geht es doch noch etwas länger. Schon jetzt aber euch herzlichen Dank, dass ihr die Pods Musik Stobeten mitgestaltet habt. Als kleines Dankeschön kommt jeder von euch, aber erst nach der Sendung, ein Millionen-Los von Swiss-Los über. Da könnt ihr einem Swiss-Award mitmachen und vielleicht eine von 10 Millionen oder sonst einen Haufen spannende Preise gewinnen. Und auch für sie zuhause. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe ein Geschenke, nicht gerade Millionen-Los. Aber am 24. Januar ist wieder die Sendung Viva Volksmusik die grösste Volksmusikgala des Jahres. Es gibt noch Tickets, um in der Badensee-Arena live dabei sein. Die könnt ihr im Internet unter srf.ch slash viva. Ja, wenn die Musiker so fit sind, dann machen wir hier noch ein Stück. Vorher wünsche ich Ihnen aber noch einen guten Rutsch. Wir können es wieder sehen, in zwei Wochen. Dann gibt es wieder Potsmusik. Rutschen Sie gut, ein gutes 2015 und noch einen ganz schönen Abend. Adi miteinander. Applaus 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 Musik Musik Applaus